Heimat ist da, wo das Herz höher schlägt. Corona-bedingt seucht meine ostwestfälische Heimat derzeit bundesweit für Schlagzeilen. Reda-Wiedenbrück. Dank eines immer auf maximalen gewinnorientierten Fleischkonzernchefs Clemens Tönnies weiß inzwischen jeder, die kleine Stadt an der Ems liegt im Kreis Gütersloh. Corona-Hotspot, verseuchtes Gebiet. Da sollte man besser ein wenig auf Abstand bleiben, oder? Wie schnell haben wir alle das fertige Bild im Kopf. Unser Urteil gefällt. Ich gebe zu, ich habe doch auch das ganze Gebiet rund um Heinsberg für völlig verseuchtes Gelände gehalten. Aber es stimmt eben nicht. Ja, es waren über 2000 Werksmitarbeiter infiziert. Aber hier im Kreis Gütersloh gibt es über 360.000 Menschen. Genauso viele Gute und Schlechte wie in jedem anderen Kreis. Auch wenn ich gerne zugebe, dass uneinsichtige Fleischbarone, die sich immer noch für völlig unschuldig halten und sich jetzt auch noch aus der Verantwortungsstehlen und Lohnkostenerstattung beantragen, woanders vermutlich doch eher Mangelware sind. Aber ich kenne vor Ort, hier in meiner Heimat, so viele liebenswerte, engagierte, lebensfrohe und charakterlich höchst anständige Menschen, dass ich für die hier gerne mal ein gutes Wort einlege. Diese Menschen, die stehen nie im Scheinwerferlicht oder in der Vip-Lounge von Schalke. Sie stehen am Sterbebett und halten die Hand. Sie kümmern sich bis zur Erschöpfung um Kranke und Alte. Sie besuchen Einsame und trösten die Traurigen. Damit kommt man in der Regel nicht ins Fernsehen und wird auch kein Influencer auf YouTube. Aber ich bin mir ganz sicher, mit jeder guten Tat kommt man nicht nur hier im Kreis Gütersloh dem Himmel auf Erden ein wenig näher. Und ich bin mir völlig sicher, auch in Ihrer direkten Nachbarschaft gibt es solche Menschen. Ihr Ingo Brüggenjürgen für DOMRADIO.DE Ach ja, im Rahmen unserer Sommeraktion radel ich gerade durch Kirchen hier in meiner ostwestfälischen Heimat. In den Interviews an der Basis, da merke ich, diese Christen vor Ort, die warten nicht unbedingt auf neue Instruktionen aus Rom. Aber sie haben alle einen wunderbar gut funktionierenden Draht nach oben.